Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch, zurück mit dem Let's Play von Kindred Spirits on Roof Okujo no Yuridei-san. Und tja, wir machen jetzt weiter, nachdem wir ein bisschen aus der Sicht hier von Megumin an dem Vortag, dem 2. Juli, hatten, dass sie, naja, scheinbar Menschen oder zumindest Yuna possessieren kann, also in Besitz nehmen kann oder ein bisschen kontrollieren kann. Schauen wir mal, was jetzt am folgenden Tag darauf, dem 3. Juli, geschieht. Und damit habe ich jetzt wirklich offiziell mit dem 4. Juli, wo ich das hier aufnehme und raushaue, das Let's Play überholt. Vielleicht muss ich die Folgen ein bisschen länger machen oder mehr aufnehmen, wer weiß. Auf jeden Fall, fuckern wir mich mal nicht lange drum rum und schauen wir mal, was es mit den Sommerlilien Teil 2 hier, diesmal aus der Sicht von Yuna wieder am folgenden Tag darauf so auf sich hat. Auf jeden Fall kein Regentag. Der Juli hat angefangen und die Regenzeit ist bald vorbei. Es ist wirklich wie der echte Beginn des Sommers und scheint es, als würde es wieder ein sehr heißer werden. Tja, hier ist vor allem auch gerade am heutigen 4. Juli hier die Regenzeit voll entgangen. Irgendwie sowas Taifunartiges, was sogar heute hier drüber zieht und es regnet schon seit Mittag durchgehend und ziemlich heftig. Es ist echt der Wahnsinn, aber mit etwas Glück ist in einer Woche, spätestens allerdings in zwei Wochen wirklich die Regenzeit auch hier vorbei. Achso, ich bekomme dieses Gefühl, dass es ein heißer Sommer wird von der Energie, welche auch die Yurides ausstrahlen. Na dann, geben wir auch diesen Monat wieder unser Bestes, Sachi-san. Ja, lasst uns das tun. Zunächst einmal Megumi. Ich habe zwar keine Idee, warum, aber gestern hat sie urplötzlich die Fähigkeit dazu entwickelt, von Leuten Besitz zu ergreifen. Und, naja, ganz logischerweise war ich natürlich ihr erstes Opfer. Aber, ich habe Sachi-san auf meine Seite bringen können und wir haben sie zusammen überzeugt, dass sie nicht einfach aus Teufel oder aus Lux und Tollerei, oder Dux und Tollerei, ich weiß es gar nicht genau, irgendwelche Leute von irgendwelchen Leuten Besitz ergreift. Aber ich frage mich, ob das ein Versprechen ist, welches sie wirklich halten kann. Huch! Habe ich da jetzt aus Versehen weitergeklickt? Äh, ne, doch nicht. Naja, ich schätze mal, dass es schon ein ziemlich geistermäßiges Ding ist, dass man in der Lage ist, irgendwelche Leute zu besessen, zu besitzen. Jemanden besessen. Von jemandem Besitz zu ergreifen, dass es ein ziemlich geistiges Ding ist, geistiges Ding ist. Irgendwie ist das im Deutschen sehr komisch zu formulieren, weil man irgendwie so jemanden bes... Man sagt jemanden besessen, oder? Ich weiß gar nicht, wie die Grammatik von dem Verb besessen funktioniert. Bis die werde ich nochmal durchlesen. Ähm, naja, aber dadurch, dass sie urplötzlich eine neue Fähigkeit erlangt hat, scheint sie vor Energie geradezu zu strotzen. Und so begann unser typisches Mittagsessens-Meeting. Hm, also sind Maki-san und Ai-Hara-Senpai in letzter Zeit nicht zu ihrem Versteck gegangen. Ja, letzte Woche habe ich sie dort kein einziges Mal gesehen. Das könnte aber natürlich auch mal Zufall gewesen sein. Ich wette, irgendwas ist passiert. Eine Woche, hm? Hm, Sachi-san meinte, dass sie bis jetzt irgendwie mindestens dreimal die Woche oder so, oder bestimmt dreimal die Woche da hingegangen sind. Naja, könnte sein, dass sie letzte Woche einfach nur ein bisschen beschäftigt waren. Hm, ich möchte hören, worüber sie gesprochen haben. Oder, ja, worüber sie sprechen, jetzt wo ich in der Lage bin, ins innere Gebäude hineinzugehen. Aber du kannst doch nur dahin gelangen, indem du von jemandem Besitzer greifst, nicht wahr? Und, naja, was willst du dann tun? Dafür sorgen, dass ich den beiden hinterher spioniere? Ah, stimmt ja. Ja, das ist ziemlich unpraktischer. Aber mehr als genug, oder etwa nicht? Maki-chan und Maki-chan arbeiten immer noch zusammen nach der Schule jeden Tag. Das hat sich nicht verändert. Aber irgendwas zwischen den beiden ist anders. Hm, ist es das? Ja, sie sind beide... Naja, es scheint vor allen Dingen Maki-chan zu sein, um genau zu sein. Irgendwie gegenüber Maki-chan sehr reserviert, zurückhaltend. Scheint so, als würde sie versuchen, ein bisschen Distanz zu bewahren. Vielleicht ist tatsächlich irgendetwas geschehen. Hm, könnte sein. Das sollten wir uns mal näher anschauen. Ja. Hm, aber sollten wir Ai-Hara-San-Pel deswegen fragen? Oder eventuell Hina fragen, wie es Maki-chan in letzter Zeit so geht? Wo wir gerade von Distanz sprechen. Dasselbe könnte man von Tsukuyo-Sensei und Kili-chan sagen. Die beiden könnten sogar noch ein noch größeres Problem darstellen. Ha. Sono-Sensei und Tsulogumine-san. Nach unserem Fangenspiel, den anderen, äh, neulich, waren wir letztendlich in der Lage, dass die beiden irgendwie miteinander sprechen, aber... Oder haben wir es geschafft, dass die beiden eigentlich miteinander sprechen? Ha. Das war so ein schreckliches Ding, was Sono-chan gesagt hat. Wie konnte sie nur... Ja, es tut mir echt schon ein bisschen leid für Kili-chan. Ähm, die beiden Yuridees, welche die gesamte Unterhaltung zwischen Sono-Sensei und Tsulogumine-san angehört hatten, waren offenbar ziemlich sauer auf Sono-Sensei. Ja, aber ich meine, ähm, das ist nur realistisch, dass eine Lehrerin, ähm, ja, eben sich normalerweise, oder ein Lehrer, eine Lehrerin sich nicht mit einem Schüler oder einer Schülerin einlassen sollte aus offensichtlichen Gründen der potenziellen Bevorzugung einer Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Minderjährigen und, ähm, ja, gesetzliche Regelungen und keine Ahnung was. Deswegen eigentlich nur logisch. Und zumal die beiden Geister hier aus Zeiten kommen, wo da die Regelungen wahrscheinlich noch viel, viel strenger waren. Okay, das regt aber Megumi auf. Das kann ich durchaus verstehen. Wie konnte sie einfach so entscheiden für, äh, Tsulogumine-san, dass das Ganze nur ein Missverständnis sein soll? Will sie etwa Kili-sans Liebesgestände es einfach so zur Seite schieben? Tsulogumine-san hat offensichtlich Sono-Sensei die Liebe gestanden. Aber, ähm, Tsulogumine-san hat darauf reagiert, indem sie sie darauf hinwies, dass das Ganze nur ein Missverständnis sei. Und dass, selbst wenn sie jetzt so empfindet, ihre Gefühle sich in der Zukunft sehr wahrscheinlich ändern werden. Und Tsulogumine-san und Megumi wollten jene Worte nicht vergeben. Hm, ich denke aber nicht, dass Sono-Senseis Worte unbedingt falsch sein sollten, könnten. Oh, doppelte Verneinung im Deutschen. Aber, ähm, ich glaube, Sono-Senseis Worte haben eventuell schon ein kleines Stückchen Wahrheit in sich. Ja, vielleicht schon, aber trotzdem. Vor allem Megumi. Sie hat Sono-Senseis Worte noch viel unvergeblicher gefunden, da... Achso, da sie in dem Mathezimmer mit den beiden war und das Gespräch direkt gehört hatte. Statt dass die Kiri-san eine Antwort oder irgendeine Reaktion auf die, ähm, auf das Liebesgeständnis gibt, sagt sie all dieses selbstverliebte Zeug und, ja, weicht dem Ganzen einfach nur aus. Das ist ja dasselbe, als würde sie Kiri-sans Gefühle komplett ignorieren, oder hat man nicht? Ja, da hast du recht. Sachi-sans scheint ebenfalls sehr wütend zu sein, allerdings auf ihre etwas sehr stille und ruhige Art und Weise. Also, normalerweise versucht sie Megumi ein bisschen an die Züge zu nehmen, wenn sie zu über, ähm, überschwänglich oder zu überemotional reagiert. Sachi-san, du hast doch mal gesagt, dass es dir nicht wirklich Ausmaß oder es dir im Prinzip egal ist, zu welchen Antworten oder Enden die Pärchen kommen oder etwa nicht. Das stimmt schon, aber... Auch ich möchte, dass es irgendwie gut läuft zwischen den Personen. Und wie Megumi sagte, ich glaube nicht, dass Kuyo-sensei eine echte Antwort bis jetzt gegeben hat. Wenn sie Kiri-chan nicht als einen möglichen romantischen Partner ansieht, dann hätte ich es gerne, dass sie das so auch direkt sagt. Wenn sie niemals in der Lage sein könnte, Kiri-chan zu lieben, dann sollte sie das auch sagen. Sie sollte ihre eigenen Gefühle Kiri-chan ganz klar und offen darlegen, bevor sie umgekehrt Kiri-chans Gefühle einfach so zur Seite schiebt oder, ähm, dagegen argumentiert. Oh. Und Sonu-chan, Sonu-chan ist besonders nervig, wenn es um dieses ganze Nenn-mich-sensei-Ding mit Kiri-san jetzt geht. Ah, Kiri-san hat das alles doch nicht verdient. Naja, es ist sehr wahrscheinlich, dass das daran liegt, was Kiri-chan über ihre Rolle als Lehrerin gesagt hat. Tja, so werde ich das nicht enden lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass Sonu-chan die ganzen Sachen ein bisschen klarer stellt. Ja, ich glaube auch, dass das zum Besten wäre. Glaubst du das? Natürlich glauben wir das. Ich bin mir sicher, dass Sonu-chan Kiri-san nicht hasst. Ja, und ich glaube auch, dass Kiri-chans Gefühle nicht so etwas wie ein Missverständnis oder so seien. Und ich möchte gerne, dass die Lehrerin das auch begreift. Ich werde aber mich nicht nur zufrieden damit geben, dass wir sie realisieren lassen, wie ernst aus Kiri-san mit der ganzen Sache ist. Wir werden dafür sorgen, dass sie sich in Kiri-san verlieft, während wir schon dabei sind. Und wie genau sollen wir das anstellen? Naja, wir müssen ihr Kiri-sans charmante Seite zeigen oder ihre Anziehungspunkte oder was auch immer. Und wie sollen wir das anstellen? Sie ist ja schon das einzige Mitglied vom Mathematik-Club und Sonu-sensei ist ja ihr Advisor, nicht wahr? Ja, sollten sie sich... Ja, sollten sie einander nicht schon ziemlich gut kennen? Ach, du weißt doch überhaupt nichts, Yuna. Anziehungspunkte, Charme ist etwas, was man versteckt hält. Für Dummköpfe. Sonu-chan wird realisieren, wie wundervoll Kiri-san ist, wenn wir ihr einfach eine Seite von Kiri-san zeigen, die sie normalerweise gar nicht sehen kann. Und wie sollen wir das dann wieder anstellen? Ja, du hast recht, Megumin. Hör mal zu, Yuna-san. Wusstest du, dass es einen Ort an dieser Schule gibt, wo die Mädchen ganz besonders liebreizend aussehen? Hä? Ein Ort, der dafür sorgt, dass Mädchen nett liebreizend aussehen? Wo soll das denn sein? Ich wusste nicht, dass es einen Ort hier geben sollte. Naja, ich bin auch nicht wirklich überzeugt, dass das, was die hier beiden sagen, wahr ist. Oh, ich kenne ihn. Es gibt ihn. Es gibt ihn ganz bestimmt. Oh ja, es ist genau jener Ort. Es gibt da diese... Ich nehme mal an, eine Lichtung oder so. Landing. Okay, da muss ich jetzt doch mal ganz kurz gucken, was Landing bedeutet hier in dem Fall eventuell, wenn es sich innerhalb eines Gebäudes oder so befindet. Befindet Landing. Ich musste da jetzt irgendwie so einen Landeplatz, nur keine Ahnung was denken. Ach, Treppenabsatz kann auch Flur sein. Podest, Treppenflur. Wahrscheinlich ein Treppenflur nehme ich mal ganz stark an. Es gibt ja diesen einen Treppenflur in dem Hoshikang-Gebäude, wo die Sonne ganz doll reinschaltet am frühen Morgen. Und jedes Mädchen, was dann dort in jedem Treppenaufgang steht, das glitzert förmlich. Ja, ganz genau. Und das Tatami-Zimmer bei Sonnenuntergang ist auch unglaublich wunderbar. Und dann gibt es noch... Ja, das Dach an einem sonnigen Tag. Ja, Tsukuo-Sensei wird sicherlich Kirichans charmante Punkte oder so sehen. Ich weiß nicht, ob man einfach Charm sagen kann, so im Deutschen, ob das dann dasselbe meint wie das englische Charm hier. Falls sie sie an einem dieser Orte sieht. Ach, ernsthaft? Naja, ich hab schon gehört, dass Belichtung und dergleichen, naja, ein bisschen die, äh, die Art und Weise, wie man jemanden wahrnimmt, verändern kann, aber trotzdem. Na dann, ist es ja entschieden. Hast du es verstanden, Yuna? Wir müssen Kirichans zu einem von jenen Orten, äh, locken. Und dann dafür sorgen, dass Sonne und Chansi dort trifft. Ja, es sind aber schon sehr spezifische, spezifische, äh, Orte zu sehr spezifischen Uhrzeiten. Wie sollen wir das wieder anstellen? Deswegen, hier die dem in folgend sehr richtige Antwort. Was? Glaubst du, dass das so einfach sein wird? Wir tun es, selbst wenn es schwierig ist. Sie wird sonst nicht in der Lage sein, äh, achso, sie wird nicht mehr in der Lage sein zu sagen, dass das Ganze ein Missverständnis ist, sobald sie Kirichans an einem jener Orte sieht. Hm. Ja, wir sollten es versuchen. Wir werden es Operation Glitzern, äh, ne, ich lasse es so im Englischen, Operation Sparkling Sunshine Kilitschern nennen. Oh, das klingt so wunderbar. Äh, tut es das wirklich? Manchmal verstehe ich Sachi-Sans Geschmack für Namensgebung nicht wirklich. Warum habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile in einer Old School YA Novel ist? Was könnte YA Novel? US Novel? Nein, ähm, Young, ach, Young Adult wahrscheinlich, oder? Ähm, warum habe ich das Gefühl, dass ich plötzlich in einer, ähm, altmodischen, ähm, jungen Erwachsenen, Young Adult Novel mich befinde? Hä? Was ist denn eine YA Novel? Oh, hä? Oh, ähm, das steht für Young Adult. Wie soll ich das erklären? Ich schätze mal, das ist jede Art von fiktiver... Fiktiver Geschichte für Leute, die sich in unserem, ähm, ja, Alter befinden. Hm, verstehe, verstehe. Was für Arten von Romanen oder so gibt es denn da? Was für Arten? Nun ja, alle möglichen. Fantasy, Sci-Fi, ganz verschiedene Genres. Fantasy? Oh, also auch sowas wie Mystery-Romane? I- Ja, es gibt natürlich auch Liebesromane und so weiter. Hm, wie Shoujo-Manga, nur eben in Romanform. Es gibt auch ganz viel anderes Zeugs. Wobei, mit Shoujo-Manga müsste sie ja im Prinzip auch nichts anfangen können, weil Sachi-San ja vor wie viel, vor 80 Jahren oder so gestorben ist? Aber ich glaube, Shoujo-Manga hatten wir ihr schon mal erklärt. Und sie kann ja in die Bücherei gehen, deswegen kennt sie sich wahrscheinlich sowieso... Eigentlich müsste sie das ja eher wissen als Megumin, die ja die Bücherei lange nicht betreten konnte. Aber naja. Es gibt auch eine ganze Menge an anderen Zeugs. Aber, naja, ich schätze mal, wir haben jetzt nicht wirklich, äh, die Not... Oh, das besteht nicht wirklich die Notwendigkeit, das alles zu erklären. Ich habe ja schließlich auch nur das gelesen, was Anno mir ausgeliehen hat. Ah, das klingt sehr interessant. Eines Tages möchte ich mal so einen Roman lesen. Naja, vielleicht später. Ich habe selbst nicht allzu viele davon. Hm, hm, verstehe. Ich freue mich schon darauf. Ich habe auch einige gelesen, Satsui-San. Sowas wie die Cobalt-Novels und so weiter. Oh, und ich kann ja jetzt in die Bücherei gehen und, äh, eins davon lesen oder so. Du meinst, ich könnte es. Und du würdest dich an mich heften, sozusagen, nicht wahr? Ach, Mann, sie überspannt den Bogen aber mal echt. Ist es wirklich derart aufregend? Gut, dann bleiben nur noch Sasa-Chan und Umi-Chan. Ich glaube nicht, dass es zwischen den beiden gerade ein besonderes Problem oder dergleichen gibt. Auch bei Yoka-Chan und bei Aki-Chan. Hm, irgendwie zu diesem Zeitpunkt kann ich irgendwie gar nicht mehr, ja, als ein Problem, oder auf ein Problem hinweisen, dass es sich jeweils bei den Pärchen um zwei Mädels handelt. Und das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit erledigt. Ich war aber trotzdem sehr überrascht, als sie mir von Yoka erzählt hatten. Eine alte Klassenkameradin, die ich gerade erst wieder getroffen hatte. Und es war so, als hätte ich sie von ganz neuem oder zum ersten Mal in meinem Leben getroffen. Ich war überrascht, wie sehr sie sich verändert hatte. Sie hat mir ihre Liebes-Rock-Lyrics gezeigt oder was auch immer das war. Und die waren für sich genommen auch schon ziemlich unglaublich. Und dann später habe ich erfahren, dass sie in eine andere Frau verliebt sei. All das ganze Zeug hat sich mittlerweile, oder dem Ganzen bin ich mittlerweile schon ein bisschen, oder habe mich an das Ganze gewöhnt, wie... Keine Probleme? Ne, ich sehe doch keine Probleme. Naja, richtig. Wir können uns Sorgen machen, wenn irgendwas zwischen dem Pärchen oder dem Paaren passiert. Also sollten wir zunächst herausfinden, was zwischen Maki-san und Ai-Hara-Senpai vor sich geht. Und danach zu Lugumine-san. Operation Sparkling Sunshine. Äh, ja, genau das. Ich, ähm... Ja, was das angeht, werde ich mir irgendwie was ausdenken. Naja, ich schätze mal, es wird dann auf etwas hinauslaufen, was davon abhängt, dass wir sie zu... dass wir beide gleichzeitig zu der entsprechenden Location führen. Hm, naja, wir können dir Bescheid sagen, wenn Sono-Chan oder Kili-san jeweils in der Nähe sind. Alles klar, okay. Ich bin aber ja diejenige, die die ganze Arbeit zu verrichten hat. Ich, naja, könnte eventuell in der Lage sein, Zillugumine-san irgendwie auf dem Gang zu stoppen und dann darauf warten, dass Sono-Sensei einfach vorbeikommt. Schätze mal, ich weiß es nicht, solange ich es nicht einfach versuche, ob das Ganze klappen wird. Schätze mal, wir müssen einfach auf unser Glück zählen und hoffen, wenn die beiden jeweils in der Nähe sind. Oder dass sie in der Nähe sind. Mein Kopf, äh, fühlt sich ganz, äh, heiß an. Jetzt, wo ich über das ganze Zeugs nachdenke. Naja, die Sonne ist auch ziemlich stark hier oben mittlerweile und die Temperaturen sind schon ziemlich heiß. Naja, ich habe jetzt mittlerweile auch die Klimaanlage ziemlich häufig hier im Zimmer an, weil seit drei oder vier Tagen jetzt, seit wirklich der Juli begonnen hat, wird es nachts hier nicht mehr unter 23, 24 Grad, also nur noch tropische Nächte, ähm, bei denen man wirklich ohne Klimaanlage an, die hier die Luft und Luftfeuchtigkeit auch irgendwie ein bisschen rausnimmt, zusätzlich zur kühlen Luft, einfach, man überhaupt nicht mehr ist in der Lage zu schlafen. Und auch beim GALPT waren es, ähm, 32, 33 Grad gewesen bei heftigen Sonnenscheinen und 90% Luftfeuchtigkeit, die dann gefühlt so wie 39, 40 Grad waren. Das ist jetzt wirklich sehr heftig geworden. Das ist dann so ein, äh, Sommerregentag wie heute mit 30 Grad, wo es dann heftig regnet, aber wirklich so ein richtig warmer Sommerregen, äh, richtig angenehm dagegen. Deswegen, Regenzeit hat in der Hinsicht auch fast was Gutes, könnte man sagen. Deswegen, dann die heftige zweite Juli-Hälfte und der August, das wird noch spaßig. Naja. Ähm, genau, Temperatur auch sehr hoch. Schätze mal, der Sommer hat tatsächlich angefangen, ne? Wo ich so darüber nachdenke. Die Sommerferien fangen ja auch bald an, nicht wahr? Naja. Und während der Sommerferien hast du ja Summer Camp. Was für ein Summer Camp, also ein Schulausflug oder so? Hm, sowas gab's ja, oder nicht? Summer Camp. Die Leute werden schon sehr bald anfangen, also die, äh, anderen Schüler in der Klasse darüber zu sprechen. Diese Schule hat ein Gebäude neben dem, äh, großen Hörsaal oder der Aula, nehme ich mal an, welches, ähm, Kumomi-Yaguda ist. Welches ein Relikt von den Tagen ist, als diese Schule noch ein Schloss war. Der erste Stock, das Erdgeschoss, beinhaltet Clubräume. Und auf dem zweiten Stock befindet sich ein, das hab ich schon mal nachgeguckt, weil als, äh, Maki-Chan durch die Schule gelaufen ist, weil sie die Architektur so liebt, hat sie das auch schon mal erwähnt. Ich hab's aber wieder vergessen. Lodginghaus, irgendwie Übernachtung oder sowas war das doch gewesen? Äh, Herberge, genau. Beherbergung, Mietwohnung, Unterkunft, Wohnung, sowas in die Richter, ja, Richtung, ja. Ähm, wobei es, äh, streng genommen nur eine Anzahl von kleinen Räumen ist, wenn man's genau betrachtet. Man kann dort wohnen oder so tatsächlich, aha, während der Sommerferien, solange man sich dazu entschließt, selbst wenn man nicht Teil eines Clubs ist. Das ist ein ziemlich berühmtes Event hier bei der Shirojo. Also sowas wie Schulübernachtung, wenn gar keine Schule ist und sich dann, ähm, irgendwelche Mutproben machen, indem man durch die kaum begangenen, dunklen, nächtlichen Schulhallen und dergleichen geht und irgendwelche Geister oder so da rumlungern, die es ja hier in dem Spiel tatsächlich gibt. Ähm, ähm, fällt mir da gerade ein. Man kann hier in der Schule verbleiben, wie als wenn man bei einem Ausflug mit seinen engen Freunden oder so wäre. Letztes Jahr hab ich daran allerdings nicht teilgenommen. Wirst du bei dem Summer Camp mit Teilnehmen, Yuna-san? Du wirst daran teilnehmen, weil es wird ganz viele Gelegenheiten geben, da herauszufinden, ob wir den derzeitigen Pärchen helfen können oder ob wir sogar noch neue Pärchen finden. Wenn würden du nicht hier wärst, wenn wir das Ganze während des Summer Camps herausfinden, wie könnten wir dann dafür sorgen, dass die Beziehungen von den ganzen Mädchen weiter vorangehen. Deswegen, du wirst doch hier sein, oder? Weil ansonsten wird Megumin wieder so ein Gesicht machen und einige kleine Mini-Spirits um sie herum fliegen und du weißt, was das bedeutet, ne? Flüche und so weiter. Nicht, dass wir dich wirklich verfluchen wollen, es ist eine komplett freie Entscheidung in diesem demokratischen Land, in dem wir hier leben. Aber es wäre schon schön, wenn du in dem Summer Camp bleiben würdest, nicht wahr, Yuna-san? Ähm, eigentlich hatte ich es trotzdem nicht vor, aber sobald die Sommerferien beginnen, glaube ich nicht, dass es notwendig sein wird, zur Schule zu kommen, bis der Unterricht wieder anfängt. Das Sommer Camp, hm? Hm, das Rundfunk-Trio nimmt wahrscheinlich daran teil. Und Sulu-Gumine-san und Sono-Sensei wegen dem Mathematik-Club wahrscheinlich auch. Denkst du, ich sollte daran teilnehmen? Naja, was glaubst du denn, was ich dir gerade die ganze Zeit gesagt habe? Und deswegen, wenn es dir nicht so viele Umstände macht, würdest du es? Es wäre sehr einsam, auch für uns, wenn wir dich nicht sehen könnten während der Sommerferien. Naja, ich wäre überhaupt nicht einsam mit Sachi-san, aber du wolltest etwa die ganze Zeit zu Hause bleiben, die Ferien über, Yuna? Naja, ich würde mich nicht die ganze Zeit drin verkriechen. Ich habe schon sowas wie in Real Life, weißt du? Hm, jedoch glaube ich, man muss sich normalerweise in einer Gruppe anmelden, wenn man während des Summercams teilnehmen möchte, wenn man keinen Club hat. Na, da weiß ich schon, welche Dreiergruppe sich da anmeldet. Anno, Hina und Yuna. Oh, muss man das? Hm, vielleicht kannst du dann jemanden von deinen Freunden fragen. Jemanden wie Anno-chan oder Hina-chan. Oder am besten beide. Und dann können wir auch mehr über die Gefühle von den beiden dir gegenüber herausfinden. Oder vielleicht erwachen in dir irgendwelche Gefühle den beiden gegenüber, von denen du vorher noch nicht wusstest, dass sie existieren. Alles aufgrund der zwischenmännlichen und nicht unterrichtsbezogenen Auseinandersetzungen und nächtlichen Gespräche unter Mädels, die ihr miteinander haben werdet. Naja, Hina wird allerdings mit dem Lauf-Team sich aufhalten. Und Anno, naja, wird während des gesamten Camps bei einer, ähm, wieso will ich Beamten sagen, bei einer, ähm, wie heißt das? Bei einem, ähm, jemand, Mitglied aus der Familie, ähm, Verwandten, genau, beim, aus einer Verwandten sich aufhalten während des Camps. Außerdem wird sie wohl bei der Comiket mitmachen wollen. Stimmt, die ist ja auch im August und ich werde dieses Jahr nicht hingehen können, weil, äh, das muss ich in einem Videolog erzählen. Ähm, 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 genau, bei der Comiket mitmachen. Sie hat irgendwie sowas gesagt von wegen, dieses Jahr werden wir auf eine Expedition wieder gehen oder so. Tja, und andere Freunde hast du ja nicht. Bebe. Tja, als ob dich das das angeht oder du dir darum Sorgen machen würdest. Uh, Leihennachricht. Muss ich gleich mal lesen. Ach ja, da muss ich, fällt mir eigentlich mal noch jemand mal Leihenschreiben. Jetzt lasse ich mich hier von allen anderen Dingen ablenken. Ähm, tödödö. Ach, was geht dich das denn an? Hm. Naja, selbst wenn ich nicht übernachten kann, denke ich mal schon, dass ich trotzdem tagsüber zur Schule kommen könnte, zumindest. Vielleicht einfach nur, um Hina Snacks vorbeizubringen während des Camps. Naja, das ist so ziemlich alles, was mir da gerade einfällt. Ja, du musst dich aber unseretwegen jetzt nicht unendlich viel anstrengen. Naja, wäre schon schön, wenn du es machst, weil du weißt, was dir sonst bleiben würde, ne? Wir würden uns nämlich sehr über deine Besuche freunden. Freuen, natürlich. Ja, schon klar. Vielleicht bin ich in der Lage, ein paar Mal vorbeizukommen. Vergiss auch nicht, uns ein bisschen was mitzubringen. Ja, ja. Tja, das war also mal wieder ein ganz langes Status-Update von den einzelnen, äh, ja, von den einzelnen Pärchen jetzt hier zum Juli hin. Sommerferien starten bald. Was heißt bald? Dann Mitte Juli? Ende Juli oder so? Also noch im Laufe des Monats? Ende des Monats? Dann hätten wir ja zumindest noch ein paar Wochen Schule, trotz alledem. Gut, dann speichern wir mal drüber. Und da ich jetzt gerade Nachrichten bekomme, Sprung auf den 9. Juli. Dann hole ich das, äh, hole ich die tatsächliche Zeit ja doch wieder ein. Weil wenn dann die ganzen Nebenstories kommen, die hier wieder sich unter die Woche alle mogeln, dann wird es Ende des Monats wieder sehr knapp werden. Ah, na gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle hier machen wir dann mal einen kleinen Schnitt. Und schauen wir mal, was wir dann eine Woche später Neues erfahren. Dann scheint ja diese Woche nicht allzu viel von den Plänen geklappt zu haben, herauszufinden, was mit Maki-chan und sonst wem und so weiter ist. Ähm, geht mit Jona direkt wieder weiter. Bekommen wir da ein neues Status-Update oder so? Wer weiß. Auf jeden Fall, dann sage ich an dieser Stelle hier erst einmal, Matane, bis zum nächsten Mal. Und gucke ich mal, was ich gerade für Liebesbotschaften meinerseits offline bekommen habe. Ähm, nein, falls jetzt irgendjemand fragt, ähm, es war wirklich ein Scherz. Okay, und damit wirklich Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.